Hallo liebe Gamer, ich bin Marcel, ich mache hier ein paar K6 mit der PS5. Ich habe hier in La Porche Messe gegeben. Wir haben dort Auftrag angenommen, alten Lieben, wenn wir uns hier oben anfangen. Hier habe ich ein Gericht. Los geht's. Ui, einer ist dort. Das ist ein Minenfeld, wo sieht es aus. Jetzt haben wir schon die Minen. Die Minen, die Minen, die Minen. Die Minen, die Minen. Die Minen, die Minen. Komm zurück, Lorenzo schickt mich! uel Acne. Ich habe meine Minen. Ja, ich habe meine Minen. Черnen Sie immer die Minen Benen crease. Das sind. Das ist eine Minen. Oh, mein Teg, geh ja da, nicht richtig, richtig! Ach, die Witte, da vergang! So, jetzt habe ich viel Knochen kämpfen. Ich habe meistens aufgemacht. Das ist ein bisschen verrückt. Ich habe schon so lange hier draußen überlebt. Ich muss irgendwas richtig machen. Lorenzo? Hast du eine neue Versuch? Miguelina? Wer bist du? Eine Freundin von Lorenzo. Bist du eines seiner Kinder? Was? Nein. Pass auf, hier ist ein Brief von ihm. Ein Brief? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Das habe ich. Dreimal. Tania? Lorenzo? Entschuldigt sich? Bei mir? Mein Herz. Ich kann es wieder schlagen spüren. Ich werde auf den Flügeln von Schmetterling getragen. Super. Ich bin dann mal weg für uns. Sssst. Ich lese. Fuss. Oh, super Knoche. Ich habe es schon mal gemalt. In Lorenzo? In Lorenzo? In Lorenzo? Ich habe deinen Brief bei Miguelina zugestellt. Hättest du mich nicht wegen der Fallen warnen können? Die Jusmeo, ist sie verletzt? Mir geht's gut, schön, dass du fragst. Miguelina auch. Sie steckt nur in der Vergangenheit fest, wie die meisten von euch Legenden. Ich kann mir meine Entschuldigung dabei helfen abzuschließen. Donnie, komm bitte zurück. Ich hätte noch etwas, das du erledigen könntest. Ich eile, Lorenzo. Lorenzo bist du? Das bedeutet für mich eigentlich. Du hast ja auch ganz sicher gesehen, wer da ist. Ich bin in einer Zwickmühle. Ich weiss nicht, wie gut ich bin, wie ich mich nicht auskennen. Lüge der Wind dich auf dieser Mission, der heilte Lebensschwitzel. Ich stecke hier noch ein Schwenk. Wir sind in der Stinsel, Sierra Perdida. Hier wird auch hier der Supreno-Berg. Abschlossen, aber ich habe nichts getan. Ich gehe noch nicht nachher. Der soll angeschlossen sein. Das ist gefährlich. Das ist ja. Das war ein bisschen heil. Was? Da ist nichts. Magnet hat nicht überreagiert. Oh, da kommst du raus. Oh, da kommst du raus. Ah, da kommst du raus. Mach, 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 mach. Ah, ich hoffe nicht. Schneider. Ah, ich habe den Weg in der Hand genommen. Kannst du einen? Ja, ich habe den Müssen. Soll ich den Müssen? Oh, der geht's. Was ist denn? Es geht gegen den Helikopter. Nein. Schade. Aufnehmen. Jetzt kommt die Tür zu schauen. Der Aldo hat sich dann. Äh, hallo? Ich soll reagieren. Schade. Drückt die Hände. Schade. Schade. Jetzt bin ich. Schade. Schade. Ich glaube, das ist ja seltsam. Ich denke, ich habe hier alles. Die Aeroport, die Soprano, Schiffler. Abgeschlossen, kontrolliert. Tipptopp. Ich kann anführen, einmal ein Trophäe bekommen. Schauen wir mal, ob er dort ist. Das ist doch ein Tätes. Ich musste gar nicht suchen. Ich glaube, dass er hier so gezeigt hat. Ich kann nicht mehr. Okay. Ah, da wäre auch noch ein Kasten gewesen. Okay. Ich konnte es nicht wissen. Ich habe alles mitgenommen. Wir können sammeln. Funktionen werden ziehen. Ich denke, das hilft ja bei dir. Ich bin ein Sportler. Okay. Willkommen bei der gerechten Sache. Ich bin ein Sportler. 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 Die ist dort速 bei dir, wenn er und fehlen darf. Nach der Witter in der Basis hing er noch der Mien. Nein! Ich habe einen Stingst. Ich habe einen Kohl. Was ist der Teuf? Ich habe den hier. Wir wollen hier einfach nachher fahren. Okay, das ist besser mit Maschinenbekehren. Den kannst du steigern. Das wird automatisch steigern, wenn ich in den Wert bin. Das ist echt cool. Den langen Bremsen ziehe ich auch. Das kann ich nicht sehen. Denden wir auch nicht auf den Füll. Ich gucke mich auf. Aber hier ist es besser. Ist immer der Bremsenig und der Bremse. Wir versuchen mich auf den Bremsen mit dem Dach. Weiss, ich habe den Brücken. Wie ist das? Ich habe den Brücken, ich habe den Brücken. Das ist das. Ich habe den Brücken. Ich habe den Brücken. Es ist ein Brücken. Warte, gib Gas! Nicht! Ich hoffe, dass das etwas zurückkommt. Das ist meine, wie man hier sieht. Das ist eine Flugabwehranlage. Okay. Ich habe auch nichts mehr. Ich habe auch nichts mehr. Ich habe auch nichts mehr zu tun. Ich habe nicht mehr zu tun. Ich schuhe Pettene Betten... ok... Ich bin sicher noch einer durch. Nein! Zack! Keine Chance! Jetzt habe ich auch mal drauf. Dann... ...ein... Ob sie dir gefällt, hat mir gleich gefällt. All right, let's up the cheese salmon.